Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was würden Sie tun? Würden Sie das Beste aus Ihrem neuen Leben machen? Eine Arbeit annehmen? Neue Freunde finden? Oder würden Sie Ihre alten Zombie-Gewohnheiten wieder annehmen? Ich schätze, wir stecken in Schwierigkeiten. Die neue Comedy von Lionsgate. Über Freundschaft einen Namen. Und seit wann haben Zombies Namen? Mr. Fiopolis, Zombie hat auch einen. Da bin ich sicher. Gut gemacht, Tammy. Was würden Sie tun? Würden Sie das Beste aus Ihrem neuen Leben machen? Eine Arbeit annehmen? Gut gefangen! Neue Freunde finden? Oder würden Sie Ihre alten Zombie-Gewohnheiten wieder annehmen? Ich schätze, wir stecken in Schwierigkeiten. Die neue Comedy von Lionsgate. Über Freundschaft, die uns verbindet. Sie geht überaus freundlich. Was wollen Sie andauern? Die Gefahr, die uns trennt. Lass los und höre Hilfe. Ist die mir in Gefahr? Väter mussten ihre Kinder töten. Ich würde die dieköpfen, wenn ich müsste. Wie oft hat er das schon gesagt? Und alle sind auf der Suche nach einem angenehmen Leben. Was tut dieser dämliche Zombie in meinem Lieblingsstuhl? Ich möchte nicht, dass du denkst, was wir getan haben, wäre normal oder irgendwie in Offen. Denke ich nicht. Bis bald.